ARD Text im Auftrag von Funk Nee, das hatte so Hoffnung Was ist das? Ey, dann ziehst du den einmal Das ist ja das zweite Mal jetzt Ja, und dann ziehst du einmal Neymar Und dann ziehst du auf einmal nur noch Coutinho Scheiße Mann Ey, lass uns doch ein Schröder werden, dann würde ich mich auch darüber freuen Nämlich immer die Gammel-Sense Gammel, die sind Gammel Ja, komm jetzt Stürmer, bitte Nein Troll Nein Ich dachte, es ist soweit Ich dachte, es ist soweit Spanien oder Deutschland Torwart Papa Kante Nein Definitiv Nein Hassig, ey Wieso? Versteh's nicht, Mann Wieso bist du gewohnt? Niemand kommt Oh Der will mit deinem Verein Der will mit dein Verein Wow Wow Tausend Coins Gönnte Rauscha Gib mir ne Icon Den kommt schon Witz Ah Nein, keine Icon Jetzt kommt wieder so ne Kacke Deutschland Torwart Leck mich am Arsch Ja Decker ist Pfff Hätte ja auch mal Neuer sagen können Was ist das? Was ist das? Ach, irgendwann Oh, ich dachte, er ist ekel Hey, Kona Warte mal Na Wo Naido ist denn im Team of the Season? Nur der Naido und der Irgendwas Angelo Ich bin wieder Das ist wie Akona im Team of the Season 50-50 Wird gewürfelt? Ja Mann Das ist doch jedes Mal die selbe Scheiße Dann wird gemühefüllt Mann, über der Komm, das Flaschenöffner Pack muss ballern Ich muss den blauen Schlitz mal sehen Schlitz Ja Komm schon Hau was raus Deutschland Torwart Ne, Unverteidiger Oh Nein Und dann kommt Mustafa